Nachdem seine Frau bei einem katastrophalen Vulkanausbruch ums Leben gekommen ist, hat sich der Geologe Ventao Li geschworen, nie wieder einen Fuß auf dieselbige Insel zu setzen. Seine Tochter hingegen forscht weiter auf der Insel in der Hoffnung, zukünftige Vulkanausbrüche besser vorhersagen und die nächste Katastrophe verhindern zu können. Trotz ihrer Warnungen hat der gierige Geschäftsmann Jack Harris auf dem vermeintlich inaktiven Vulkan inzwischen einen Vergnügungspark eröffnet, der täglich zahlreiche Besucher anlockt. Als Ventao in Sorge um seine Tochter auf die Insel zurückkehrt, bricht der Vulkan erneut aus und ein verzweifelter Kampf ums Überleben beginnt. Skyfire aus dem Jahre 2020 ist eine chinesische Produktion mit einem britischen Regisseur und zwar Simon West, der unter anderem schon The Expendables 2 inszeniert hat, außerdem noch den großartigen Con Air mit Nicolas Cage sowie den ersten Tomb Raider und auch The Mechanic oder Wildcard mit Jason Statham. Er kennt sich also im Action-Genre bestens aus. Des Weiteren haben wir in einer Nebenrolle ebenfalls einen Briten und zwar Jason Isaacs, den die meisten von euch als Lucius Malfoy aus den Harry Potter Filmen kennen werden und er spielte auch großartig auf als Antagonist in Der Patriot mit Mel Gibson. Er macht seine Rolle hier gut, genauso wie der restliche chinesische Cast, der den meisten wie mir wahrscheinlich auch eher unbekannt sein dürfte. Den einen oder anderen kennt man aber aus einer Nebenrolle, zum Beispiel aus Skyscraper oder Iron Man 3. Wenn ich mir einen Film wie Skyfire anschaue, was erwarte ich dann von diesem Film? Genau das, was mir schon das Kinoplakat und auch der Trailer verspricht und zwar bombastische Action, geniale Spezialeffekte und auch etwas Nervenkitzel, seichte Unterhaltung und ein bisschen Spannung. Das erwarte ich und genau da kann Skyfire auch auf ganzer Linie überzeugen. Drumherum ist eine Rahmenhandlung gesponnen mit etwas Drama und zwar dieser Vater-Tochter-Story. Dann haben wir noch eine Liebesgeschichte und zum Schluss hin drückt man noch ein bisschen auf die Tränendrüse. Das Ganze ist solide inszeniert, stört einen auch nicht und reißt einen auch nicht raus oder nimmt das Tempo allzu sehr raus, wie bei manch anderen Actionfilmen. Nein, dafür ist der Film viel zu schnell erzählt und leider auch viel zu schnell vorbei, aber er rauscht direkt durch von der ersten bis zur letzten Minute, der 93. Minute und bietet Spezialeffekte, die sich hinter keiner Hollywood-Produktion verstecken muss. Bis auf ein, zwei Szenen, einmal mit einem Lava oder mit einer Lava-Inszenierung und einmal mit einer Explosion sieht das Ganze wirklich großartig aus. Die Action ist super inszeniert, da ist viel Tempo drin, ohne großartig mit der Kamera wackeln zu müssen und da stellt es sich mal wieder raus, dass ein Mann wie Simon West eben sein Handwerk beherrscht und was hier auch richtig wichtig ist. Also, wer auf richtig tolle Actionfilme steht, wer sich einfach mal beriesen lassen möchte, nicht von A bis Z der Handlung folgen möchte, alles hinterfragen will oder auch muss, um die komplette Handlung zu verstehen und wer auf Katastrophenfilme steht, großartige Actionsequenzen mit tollen Spezialeffekten, der kommt bei Skyfire definitiv auf seine Kosten. Ab dem 19. Februar ist dann die Blu-ray und auch DVD im Handel von Cape Light Pictures selbstverständlich bestellbar im Cape Light eigenen Shop. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie einen Link zum Trailer und wer eben auf mehr Charaktertiefe und mehr Stories steht, der guckt sich Ashfall an, ebenfalls aus dem Hause Cape Light Pictures. Das war's von meiner Seite aus, ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus.